Warnung! Dieses Video zeigt Blutgewalt und jegliche Form von Dingen, die in die Sims 4 nicht vorhanden sind. Anschauen auf eigene Verantwortung. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß. Also so, mehr oder weniger. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ihr habt es wahrscheinlich schon an der Warnung erkannt am Anfang. Heute wird es ein bisschen härter als sonst. Und ja, ja moin. Ihr wisst vielleicht noch damals, dieser Mod mit diesen Kleinkindern, die andere Leute ermordet haben, ähm, das kam ja bei manchen nicht so gut an. Und da dachte ich mir so, hey, warum machst du nicht nochmal so ein Video, was bei vielen wahrscheinlich eher schlecht ankommen wird. Ähm, beziehungsweise schlecht eher sehr negativ. Es gab ja damals schon so, mhm, das macht man nicht. Und ja moin, es ist ein Mod. Und ich habe mir den meiner Meinung nach krankesten Mod heruntergeladen, den es gibt, oh mein Gott. Äh, nein, es gibt noch einen anderen, den ich euch, glaube ich, niemals zeigen kann. Da kann man nämlich, ähm, als Prostituierte arbeiten und so auf der Straße. Also, mhm, vielleicht zeige ich euch das ja mal irgendwann mal. Aber ja, wir dürfen nicht vergessen, Sims ist ja eigentlich ein kinderfreundliches Spiel. Aber, ja moin, ich dachte mir so, komm, du probierst einfach jetzt mal was aus, was außergewöhnlich ist für die Sims 4. Und das ist der, wie heißt der nochmal, Extreme, äh, hier, Extreme Violents Mod. Ich kann den euch gerne mal unten in die Videobeschreibung packen. Und ja, wir haben hier erstmal ganz kurz unsere, wie heißt sie nochmal, äh, Valerie Smith. Sie hat schon ein paar abbekommen von ihrem Mann aktuell. Deshalb wird sie heute auch unsere, ja, böse sein und alle in der Stadt, ja, umbringen. Ja, moin. Und das ist ihr Mann, der heißt, kann man, wie heißt der denn? I don't know. Skyler. Was ist Skyler? Äh, Skyler Smith. Und ja, meine liebe Valerie. Ich will einen kleinen, wo seid ihr denn? Könnt ihr mal bitte rausgehen, so vor die Tür? Hier wird nichts umgedreht. Ich möchte euch erstmal zeigen, was es hier so gibt, denn, äh, es gibt auch Aktionen, die nicht ganz so schlimm sind. Es gibt aber auch hier Aktionen, ich hab's mir noch nicht angeguckt, ne, also ich hab keine Ahnung, wie diese Interaktionen gleich werden, also wie das aussieht und so. Ähm, es gibt aber auch Sachen, wo man, ähm, ja, vielleicht eher wegschauen könnte, sollte, müsste. So, wir bitchen ihn erstmal nochmal an. Wir sagen, wir schreien ihn erstmal an und dann gucken wir uns mal an, was es so hier gibt. Es gibt, ähm, Deadly Interactions, dann, äh, Deadly with a Chance of Survival Interactions und, ähm, ja, nicht tödliche Interaktionen. Also, Leute, es gibt auch nicht tödliche, yay. Ähm, wir können auch jemanden sabotieren. Ja, hab keinen Bock, den jetzt zu sabotieren. Wir gucken erst mal bei, äh, nicht tödlich. Was gibt's da alles? Slap, Drag, Slap, Punch, Hackinfo, Framesim. Äh, and, ach ja, wir können, ja, hier, Partners in Crime. Wir können beat up, wir können ihn eigentlich die ganze Zeit nur zusammenschlagen hier. Wir können ihn slappen, wir können ihn punchen, wir können ihn vermöbeln. Wir können sein Geld stehlen. Äh, das ist jetzt nicht so praktisch, wenn man in einem Haushalt wohnt. Aber vielleicht machen wir das bei jemandem anders und ihn stalken. Okay, ähm, Deadly with a Chance of Survival. Also, Bulli und Choke to Death. Okay, wir können ihn, ja, fast, aber, weiß nicht, er kann ja überleben. Also, er muss ja nicht direkt sterben, wenn wir ihn erwürgen. Ähm, ja, und Deadly Interactions. Äh, oh, 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 oh. Bash Head with X. Ich möchte eigentlich niemanden den Kopf wegbashen mit einer Axt. Ich glaub, das zeig ich mir lieber nicht. Ich glaub, das schau ich mir lieber mal offscreen an. Wir können Sim erschießen. Äh, mit einer Machete. Äh, uiuiui. Okay, wir können den mit einem Messer dann den Hals durchschlitzen, in die Brust stechen, in die Eingeweide. Holla, die Waldfee, was ist denn das für ein Mod, ey? Wir slappen ihn erst mal. Komm, wir machen mal Slapdrag. Slapdrag. Das klingt doch, das klingt doch ganz harmlos. So, unsere Queen. Hä, slappst du den jetzt mal? Hä? Kam jetzt schon der Slap? Ich glaub nicht, oder? Hey, du sollst den slappen und nicht mit dem reden. Hallo, ich will Action, ich will Schlägerei. Hallo. Können die sich schlagen? Funktioniert das jetzt, oder? Oh. Wow. Das gab... Das hat aber voll gesessen. Das war ja... What? Und es fühlt sich... Ja, Feeling Powerful. Powerful. Richtig super ausgesprochen. Äh, was kann ich... Ich will den noch mehr. Ich will Slapdrag. Was war Slapdrag denn jetzt? Bleib hier, Bruder. Oh, er hat jetzt auch... Er hat jetzt auch einen Slap im Gesicht gehabt. Oh, ja. Cool. Das kriegt man nämlich dazu. Man wird dann... Es gibt auch so Blutskins und alles. Also, es ist ganz schön crazy. Oh mein Gott. Ähm... Hä? Das sieht ja voll creepy aus. Das sieht so richtig aus wie Slenderman, der gerade so... Wow! Beruhig dich! Oh mein Gott! Valerie! Jetzt geht er mal ab hier. Jawoll, Valerie! Bleib hier, Brudi. Bleib hier. Ich muss da noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Du musst jetzt nicht traurig sein. Ähm... Ja, Punchen, Bidabs, ist ja alles relativ das Gleiche. Also, es ist ja alles... Hat ja alles mit Vermöbeln zu tun. Wir... Ich hab ein bisschen Angst davor. Ähm, das machen wir lieber mit anderen Sims. Ich will... Oh, hallo! Was willst du hier? Hilfe! Wer bist du? Wer seid ihr alle? Ich vermöbel euch unsere Nachbarn. Die werden jetzt erstmal wegballert. Äh... Wir machen mal ein Choke to death. Äh... Wir versuchen ihn mal zu erwürgen. Ja, moin. Der bringt zu essen mit. Das ist so ein richtig netter Nachbar. Der so, ja, ich hab euch Essen mitgebracht. Und jetzt kommt hier die Valerie. So, ah, ich... Bring dich um! Oh mein Gott, Leute. Ich hab richtig Angst vor diesem Mord, ey. Ich mach den danach auch wieder raus. Das ist richtig heftig. Oh mein Gott! Valerie! Oh mein Gott. Stirbt der? Ja, okay. Sie wirkt noch. Sie... Oh mein Gott, ist er tot? Was? Sie hat ihn umgebracht? Oh mein Gott! Valerie! Oh mein Gott, sie hat ihn umgebracht. Sie hat ihn umgebracht. Leute! Oh mein Gott, was kennen wir nach wie Bulli? Lass mal... Lass mal jemand... Was passiert jetzt? Punch. Oh Gott, werden wir jetzt gepuncht von der Alten? Wo ist die Alte denn? Hallo! Alte Mutti! Wenn die uns puncht, Leute, die stirbt. Ja, der Sensenmann. Wir haben den aus Versehen halt erwürgt. Sorry! Sorry, kann ja mal passieren. Oh mein Gott, was ein kranker Motto, oder? Was macht denn die Alte? Die rennt hier mal hoch und runter. Ich will ja mal gepuncht werden von der... Die will uns nicht punchen, Leute. Egal, dann punch ich die jetzt kaputt, ey. Ähm... Stop, Bulling. Äh... Nö. Okay. Äh, ich... Ich würde gerne mal... Ich würde die gerne mal vermöbeln. So eine Rentnerin. Wie gemein bin ich bitte? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kann man sich doch nicht nahe antun. Oh mein Gott, was? Was ist das für ein kranker Mod, Leute? Oh mein Gott! Okay, hi! Was steht da jetzt, wie er gestorben ist? Eric Luce. Oh mein Gott! Der wurde ja auch hardcore vermöbelt. Alter! Alter, was ein Mod! Fuck my life! Äh... Valerie has done some violent acts in front of other Sims. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist da passiert? Oh mein Gott, die hat die K.O. geschlagen! Was? Alter! Serienkiller! Ja, moin! Ja, moin! Was ist das für ein crazy Mod? Oh mein Gott, jetzt zündet sie noch die Bude hier an. Jetzt geht's gleich ab, Leute. Jetzt geht's gleich ab, ey. So, wen punchen wir denn jetzt noch? Hier, du bist jetzt dran, oder? Komm. Dich will ich... ...gerne... ...töten. Boah, was ein Mod. Oh mein Gott. Äh, ich mach mal, was ist denn nicht ganz so schlimm? In die Brust... Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Was ein kranker Mod, Leute, oder? Oh mein... ...Gott, ey. Ich kann mir das gar nicht angucken. Sie rennt schon weg. Die so... Boah, ich hab Angst vor der Alten. Ähm... Ich hab echt ein bisschen Angst vor diesem Mod. Warum... Warum gibt es sowas für die Sims? Oh mein Gott, ey. Das Spiel ist jetzt offiziell ab 18, ey. Ciao. Das ist ja crazy. Es gibt noch andere Mods. Äh, ich glaub, ich mach bald mal einen harmloseren Mod. So Road to Fame Mod oder so. Das ist nicht ganz so schlimm. Ähm... Das ist ja nur, wenn man Star wird und so. Aber das ist ja... Holla. Die Waldfärber auch hier. Das ist aber... Ja, moin. Wir gehen lieber mal ein bisschen weiter weg, damit wir es nicht so uns anschauen müssen. Alter. Vielleicht ne... Oh mein Gott, das ist... Oh mein... Ja, das ist... Same. Sie macht so direkt zu. Sie so... Ah, schnell zumachen, ja. Oh shit. Ist sie tot? Oh mein Gott, ey. Was ist denn das? Was ein kranker Mod, ey. Oh mein Gott. Serial Killer. Das ist... Also dieses Serial Killer Mod, ne? Oder wird es ausgebrochen? Keine Ahnung. Aber... Ah, ne, doch. Das ist schon crazy. Ich muss echt sagen, das ist ein harter Mod. Was? Hat sie jetzt auf jemanden geschossen, ne? Hat sie jetzt auf jemanden geschossen? Oder warum... Was hat die jetzt gerade geknallt? Hat er auf uns geschossen? Oh. Die Cops kommen. Ey. Warum kommen jetzt die Cops? Hallo? Warum kommen jetzt die Cops? Hä? Wir werden festgenommen? Was? Wo fliege ich denn jetzt hin? Was ist denn das für ein Mod? Ich habe so jemanden aus Versehen umgebracht. Und dann werde ich so in die Luft und so... Ja, moin. Ich fliege jetzt erstmal kurz weg mit dem Kopf. What the fuck ist das? Ciao. Wo fliege ich jetzt hin? Was bin ich? Ich bin jetzt im Knast. In jail. Ja, fuck. Was mache ich jetzt? Ähm. Recht, deine Frau. Und töte den anderen Kopf. Du musst deine Frau rächen. Egal, was ihr durchgemacht habt. Du musst sie rächen. Los. Für die Valerie. Die ist nämlich jetzt im Knast. Wie lange ist denn die jetzt im Knast? Kann die einfach rauskommen? Ah, da... Oh, oh. Au. Ja, moin. Ich bin wieder da, Leute. Übrigens. Ich bin aber abgesch... Was ist denn das? Oh mein Gott. Wie creepy dieser Mod. Ist da noch ein Kopf? Nee, da ist kein Kopf mehr. Bringt er den jetzt trotzdem um? Nee. Hä? Wie crazy. Da kommt direkt die Polizei. Das ist ja cool. Das ist eigentlich echt cool. Dass da die Polizei kommt. Ich hätte gerne mehr Polizei-Action in die Sims 4. Ähm. Ich würde gerne mal einen Sim erschießen. Ich wurde auch angeschossen. So. Zeig mal bitte, wie du das machst. Oh mein Gott. Wie creepy, ey. Oh mein Gott. Ich habe richtig Angst vor ihr. Oh mein Gott, ey. Sie ist so... Alter. Was ein creepy Mod, Leute. Oh mein Gott. Ja, okay. Solange man nichts sieht. Ist es ja ganz okay. Äh. Voll die coole Animation. Also die Animation war nicht schlecht. Ich... Kommen jetzt wieder die Cops. Kommen die Cops wieder? Muss ich... Oh mein Gott. Sie hat sogar Headshot. Oh mein Gott. Was ein großartiger Mod, ey. Das ist ja... Das ist echt... Oh mein fucking Gott. Ähm. Ich klaue der Mars Geld. Ich bin ja richtig nett. Äh. Sie rennt doch weg. Hallo. Ich will dein Geld. Was macht sie jetzt? Singen üben. Same. Erst mal jemanden umbringen und dann singen. Alter. Dieser Mod, ne? Shit. Was ist das bitte? Wo sind die Cops? Wo sind die Cops? Ich hab Bock, dass uns wieder jemand mitnimmt. Sie steht zu der Pistole. Sie ist ja moin. Give me your money. Du stehst zu nah dran übrigens. Ähm. Was können wir noch machen? Sie hat gepupst vor Angst. Na toll. Was ist denn... Was heißt... Was ist denn Chainsaw? Was ist das nochmal? Was macht sie dann? Oh. Oh. Ach. Kettensäge. Oh ja. Stimmt. Ich hab aber keine Kettensäge gesehen. Ich hab aber jemanden aufgesägt jetzt. Ohne Säge. Oh. Iiii. Iiii. Was ist denn das jetzt? Mir. Iiii. Voll eklig. Ähm. Ja. Oh shit. Die Cops sind wieder da. Ist das ein Kopf? Shit. Was mach ich jetzt? Renn weg. Renn weg. Renn schnell in dein Haus. Renn hin. Renn da schnell hin. Bevor du gefasst wirst von dem Kopf. Schnell. Iiii. Sieht so ein Booty, der nach oben geht. Renn. Oh nein. Verfolgt er uns? Ich bash den weg. Ich mach den kaputt. Ich mach den Kopf jetzt kaputt, Leute. Report Sim. Same. Erstmal Sim reporten, dass die anderen schuldig sind. Hä? Wie cool. Wusste ich gar nicht, dass das mit dabei ist. Ähm. Äh. Ne. Wir brauchen keine better reputation. Ähm. Ja, aber. Wenn der uns jetzt doof kommt. Ne, Leute. Bleib stehen. Bleib stehen, Valerie. Was macht der jetzt? Warum rennen der da rein? Der steht falsch. Okay. Macht sie es jetzt wirklich? Bringt die jetzt den Kopf um? Oh mein Gott. Macht sie das jetzt echt? Ne, oder? Doch. Oh mein Gott. Hat sie nicht getan. Der Kopf, weil sie so mitnimmt. Sie so. Ne, 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 ne. Ich bring dich jetzt um. Was ein Mod. Oh mein Gott. Ich so. Was ist ne Chainsaw? Kettensäge. Ja, moin. Ähm. Er ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Why the hell is all covered? Was stand da? In blood. Ja. Sie wüchte erst mal weg. Sie ist. Ich muss mal kurz Spuren verwischen. Oh mein Gott. Dieser Mod ist. Können wir den nicht eigentlich so verstecken? Bitte geh weg. Also was ich auf jeden Fall nicht machen werde, Leute. Ähm. Ja, moin. Wir haben neue Bad Reputation Punkte bekommen. Ähm. Was ich nicht machen werde, ist jemanden mit einer Axt die Kopf abschlagen. Davor habe ich echt ein bisschen Angst. Also. Ähm. Ja. Das. Falls ihr das ausprobieren wollt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Das war der. Was macht sie denn jetzt? Übt sie hier? Polizistin oder was? Action Kanal schauen. Okay. Ähm. Ja. Falls ihr den Mod ausprobieren wollt, dann tue ich ihn euch gerne unten in die Videobeschreibung. Das war echt einer der schlimmsten Mods für Sims 4. Oh mein Gott. Aber hey. Wir haben ihn zusammen ausgetestet. Und sowas ist überhaupt nicht lustig, Freunde. Ohne Scheiß. Ähm. Sowas macht man gar keine Witze. Über so Leute ermorden und so. Also. Ne. Das ist alles bloß. Ich wollte es mir mal anschauen in die Sims 4. Und. Ja. Mehr nicht. Ne. Also nicht, dass das wieder jemand zu ernst nimmt und sagt. Oh mein Gott. Das kannst du nicht zeigen. Ähm. I told you to stop. Haha. Ich liebe den Sensen, Mann. I told you to stop. My fingers hurt from all the tapping on the damn tablet. Ja, dann. Kann ich den nicht auch ermorden? Ne. Aber kann ich mich selber ermorden? Was? Selfies. Oh mein Gott. Wie cool. Take a selfie with a knife. With a knife. Flip death. Oh mein Gott. Mittelfinger. Ich will ein Mittelfinger-Selfie. Wie geil. Hä? Das sieht man aber nicht ordentlich. Oh ja. Moin. Wie geil. Ich kann den Mod dauernd nicht beenden, Leute. Ich dachte gerade, ich mache jetzt Schluss. Aber. Wir können ja noch voll coole eigene Sachen machen. Was macht sie denn jetzt? Wie soll ich jemanden umbringen oder was? Ähm. Check Kill Counter. Check mal deinen Kill Counter. Ähm. Test bestimmt nicht gut. Fünf hat sie mittlerweile getötet. Wow. Wow. God, the police. Hm. Ach. Ich kann mich. Ich kann mich selber umbringen. Ui. Okay. Ähm. Twer. Ich kann twerken. Oh mein Gott, Leute. Ich kann twerken. Wow. Wie. Okay. Ja, moin. Das macht den Mod doch schon viel besser, oder? Sie kann nicht twerken. Sie twerkt richtig schlecht. Sie kann aber auch für... Ii. Das sieht ja voll komisch aus. Ähm. Twerk for money. Ui. Äh. Ja, geil. Okay. Ja. Mit dem twerken würde ich es dann beenden. Doch mal lieber. Was ein kranker Mod, Leute. Oh mein Gott. Äh. Heftig. Ohne Scheiß. Wenn die Folge euch trotzdem gefallen hat. Oh Gott, ey. Dann würde ich... Wie guckt sie denn? Äh. Dann würde ich mich sehr trotzdem über eine positive Wertung freuen. Gerne Kommentare. Wie krank dieser Mod ist. Oh mein Gott. Was ist das, ey? Nächstes Mal zeige ich euch ein bisschen einen freundlicheren Mod. Shit, ey. Ähm. Ja. Wie gesagt. Nochmal. Das muss ich glaube ich sagen, bevor wieder irgendwelche Leute rumheulen. Ich distanziere mich von jeglicher Gewalt. Ähm. Und. Es gibt auch genug andere Spiele, die sehr viel Gewalt ausüben. Und da muss man jetzt nicht mich deswegen haten, weil ich das mal in die Sims 4 gemacht habe. Also. Ja. Ne. So viel zu dem Thema. Ich weiß genau, dass das nicht gut ist. Und. Dass mir wieder irgendwelche Leute hier unterstellen. Du unterstützt die Gewalt und alles. Ich wollte es bloß mal an die Sims 4 anschauen. Das war eigentlich ein reiner Zweck. Um zu schauen, was die Modder da in Sims 4 umgesetzt haben. Und das war schon krank. Das war richtig sick. Also. Puh. Wir hören uns hoffentlich bei einer weiteren Folge wieder von der 100 Baby Challenge. Die kommt nämlich morgen. Ich hoffe ihr schaut da wieder rein. Und. Ja. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne unten tun. Auf abonnieren. Rechts oben könnt ihr mich auch abonnieren. Auf diesen runden Kreis. Links oben findet ihr die letzte Mod-Vorstellung. Und darunter die Playlist der Mod-Vorstellung. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Haut rein. Und euch kann ich näher ran zoomen. Ciao. Ciao.